Ja Leute, ich drehe gerade ein Video und das sollte das Video sein, das Video hinter den Kulissen. Auf Zahid S hinter den Kulissen sind wir gerade. Ja und da drehe ich gerade jetzt ein Video über meine Kartensammlungen. Natürlich habe ich jetzt voll viele Karten hier und die zeige ich gleich in einem Video. Und das Video soll ein Video hinter den Kulissen sein. Ein bisschen könnt ihr von mir sehen, aber nicht. Ja, das war erstmal das kleine Hinter den Kulissen Video. Ist jetzt nicht so lang geworden, zumindest eine Minute lang. Aber ja, es kommen bald noch längere Hinter den Kulissen Videos. Ist jetzt nicht super lang, aber bald kommen richtige viele Hinter den Kulissen Videos. Ich bedanke mich nochmal an die Kamera da oben. Und wir sehen uns bald wieder hinter den Kulissen. Vielleicht morgen schon. Tschüss.